Kapitel 4 Verse aus Stratford Unschlüssig drehte Hermione die Feder in ihren Händen und betrachtete zum hundertsten Mal die Worte, die sie vor etwa einer Stunde auf das Vorsatzpapier gebracht hatte. Seitdem wartete sie mit einem mulmigen Gefühl im Bauch auf die Antwort, die nicht kommen wollte. Hatte sie den Fremden mit ihren Worten beleidigt? Sie hatte sich dafür entschieden, den verschlüsselten Versen eine herausfordernde Antwort entgegenzusetzen, eine, die die Haltung ihres Gegenübers direkt kritisierte, denn nur so, so sagte sie sich, hatte sie eine Chance, mehr wie ihn herauszufinden. Es musste ein Vorwurf darin liegen oder eine Leere, die Worte mussten treffen. Aus diesem Grund leuchteten nun erneut Verse von William Shakespeare in frischer Tinte auf dem Papier. Dieser Auszug aus dem Hamlet verfolgte sie bereits seit ihrer Kindheit. Die Worte erschienen ihr tröstlich. Sie schienen einen kleinen Hoffnungsschimmer zu erhalten. Die Hoffnung, dass es noch Menschen gab, die ehrlich blieben und nicht nur sich selbst die Treue hielten. Doch gleichzeitig bereitete ihr das uralte Zitat auch Sorgen. Sie hatte das Gefühl, etwas übersehen zu haben, etwas Entscheidendes. Das mulmige Gefühl ließ sie nicht los, dass Shakespeare's Worte nichts als eine schöne Verkleidung waren. Der schöne Klang betörte und schien weise. Doch steckte auch Wahrheit dahinter? Gab es nicht doch Zeiten, zu denen ein Mensch sich selbst untreu werden musste, um das Gute zu erlangen? Doch konnte er dann glücklich sein? Hermione wusste, dass sie sich zu viele Gedanken machte, doch ihre Zweifel vertieften sich, als sie die Antwort las, die in diesem Moment auf dem Papier erschien. Richte nicht, bevor du urteilen kannst. Auch Shakespeare war nicht allwissend. Hermione musste sich daran erinnern, weiter zu atmen. War das Schuld, die sie empfand, gegenüber einem völlig Fremden, der ihr seine Identität vorenthielt, möglicherweise ein Todesser war? Hermione konnte sich keinen so wortgewandten Todesser vorstellen. Ruhe Gewalt und Poesie, das war, als würde Norbert, der norwegische Stachelbuckel, sich bei seinem zerstörten Teddybären entschuldigen. Sie wusste nicht, was sie entgegnen sollte. Sich entschuldigen? Rechtfertigen? Weiterhin auf Angriff gehen oder lieber den Rückzug einleiten? Doch die Entscheidung wurde ihr abgenommen, als dem Papier bereits neue Worte hinzugefügt wurden. Wer bist du? Leuchtete nun ihre eigene Frage erneut auf dem Papier auf, doch nun galt sie ihr selbst. Sie erschauderte. Der Unbekannte drängte sie gegen eine Wand, gegen die sie nicht gedrängt werden wollte, und erst jetzt wurde ihr wirklich bewusst, wie direkt ihre Frage am Vortag gewesen war. Womöglich war es dem Fremden nicht anders ergangen, als er über seine Antwort hatte nachdenken müssen. Fieberhaft dachte sie nach. Er war ein Poet. Er konnte nicht böse sein, oder? Wir leben im Krieg, Hermione, murmelte sie sich selbst grimmig zu und erinnerte sich streng daran, dass sie auf keinen Fall etwas preisgeben durfte. Widerstrebend musste sie sich eingestehen, dass sie zum ersten Mal nicht auf eine Frage antworten konnte, die so einfach sein sollte. Auf diesem Gebiet bin ich keine gute Schülerin, dachte sie und biss sich auf die Unterlippe. Tatsächlich, ihr fiel nichts ein, was ihrem Gegenüber deutlich machen konnte, dass sie keine bösen Absichten hegte, ohne preiszugeben, dass sie leider vom Ministerium gesucht wurde und im Übrigen versuchte, Voldemort zu stürzen. Denn woher wollte sie schon wissen, ob sie tatsächlich keine bösen Absichten hegte? Wenn der Fremde ein Todesser war, dann musste sie versuchen, über ihn an Informationen zu gelangen, und dafür durfte er auf keinen Fall erfahren, auf welcher Seite sie stand. Sollte sie sich womöglich auch als Todesser ausgeben, um ihm auf den Zahn zu fühlen? So könnte sie aus seiner sicheren Position heraus langsam herausfinden, welche Absichten ihr Gegenüber hegte, und dann entscheiden, ob sie ihm trauen konnte. Doch sie wusste schon jetzt, dass es nicht funktionieren würde. Sie war zu ehrlich, sie konnte nicht lügen und schon gar nicht authentisch einem Todesser nachahmen. Hermione Granger war dazu geboren, ganz und gar ehrlich zu sein, und deshalb war es letztlich das Tonett Nummer 23, auf welches ihre Wahl fiel. Unter der bedrohlichen Frage, wer bist du, leuchteten nun die Worte An unperfect actor on the stage, who with his fear is put beside his part. Sie hatte den ersten Vers ein wenig auseinanderreißen müssen, und es wummte sie, dass dadurch das Metrum zerstört wurde. Doch mit der Bedeutung war sie zufrieden. Sollte der Fremde damit anfangen, was er wollte, möglicherweise würde dessen Antwort seine Intelligenz offenlegen. Doch dann dachte Hermione, dass er diese längst bewiesen hatte. Sie beschloss, dass es keinen Sinn hatte, den ganzen Tag vor dem Buch zu sitzen und zu warten. Sie würde schon noch früh genug merken, wenn er antwortete. Während sie die Treppe zur Eingangshalle hinunterstieg, musste sie erneut an den Auszug aus dem Sonett denken, den sie gewählt hatte, und ihr fiel eine Parallele auf, die sie nicht beabsichtigt hatte. Ihre Worte könnten ebenso gut von Peter Pettigrew stammen, sie passten wie maßgeschneidert. Sie biss sich auf die Lippe. Dachte der Fremde nun etwa so von ihr? Dass sie schwach war und sich auf die dunkle Seite hatte ziehen lassen? Aus Angst? Ihr gefiel der Gedanke ganz und gar nicht, möglicherweise mit Peter Pettigrew gleichgesetzt zu werden, ohne es beabsichtigt zu haben. Ja, sie hatte bewusst die Angst erwähnt, doch sie hatte gehofft, dass der Vers eines deutlich machte, dass es nicht die Angst war, die sie trieb zu handeln, sondern dass es ihre Angst war, die aus ihr eine schlechte Schauspielerin machte. Sie wusste, dass sie niemandem etwas vorspielen konnte, und es war ihre Angst, entdeckt zu werden, die womöglich genau dazu führen würde. Nein. Ganz bestimmt verfügte ihr Gegenüber über genügend Intelligenz, um den Vers genauso zu deuten. Darauf hoffte sie von ganzem Herzen, und während sie die Küche der Blacks betrat, fragte sie sich mit einem unguten Gefühl, warum ihr das so wichtig war. Die Antwort kam erst am späten Abend, und wie schon zuvor bestätigte sie Hermainis Befürchtungen. Auf dem Papier prangten anklagend die Worte, »Was du sagst, könnte von Peter Pettigrew stammen.« Hermaini stockte der Atem, doch die Antwort war noch nicht zu Ende. Angespannt las sie, »Allerdings könnte Peter Pettigrew sich noch nicht einmal Shakespeare's Vornamen merken, geschweige denn auch nur ein einziges Sonnett.« Erleichtert atmete sie auf. Zugleich schaltete sich in ihrem Kopf der altbekannte Analyse-Modus ein, der sie schon seit ihrer Kindheit in jeder Schulstunde begleitete. Der Fremde hatte etwas über sich preisgegeben. Der Name Peter Pettigrew war ihm offensichtlich ein Begriff, und Hermaini war sich nicht sicher, ob das ein gutes Zeichen war. Zumal der Fremde offensichtlich auch um Pettigrews wahre Rolle in dieser Geschichte wusste, denn sonst hätte er diesen Vergleich nicht gezogen. Wer außer Dumbledore und Sirius, die tot waren, und den Todessern, die mit Pettigrew verkehrten, konnte die Wahrheit über ihn kennen. Hermaini dürfte nun auf keinen Fall denselben Fehler begehen. Wenn sie eine ganz normale Hexe wäre, die nicht gerade, zufällig, die beste Freundin von Harry Potter war, dann könnte sie von Pettigrew nur die Geschichte kennen, die er der Zauberergemeinschaft so erfolgreich verkauft hatte. Die Geschichte von seinem Tod. Sie musste vorgeben, nur diese Version seines Lebenslaufs zu kennen, alles andere würde sie beinahe sofort verraten. Peter Pettigrew? schrieb sie. Der junge Zauberer, der von Sirius Black getötet wurde? Sie konnte kaum atmen, so falsch fühlte es sich an, sich zu verstellen. Und ganz offensichtlich hatte sie mit der Einschätzung ihrer schauspielerischen Fähigkeiten gar nicht so verkehrt gelegen, denn prompt kam die Antwort, das war ein wahrlich miserabler Versuch. Deine Formulierung ist so plump, dass selbst ein Hauself die Absicht dahinter erkennen würde. Ja, ich kenne seine Geschichte. Und du kennst sie offensichtlich auch. Hermaini biss sich frustriert auf die Unterlippe. Das durfte doch nicht wahr sein. Da hatte sie jahrelang Bücher studiert und auswendig gelernt, geschuftet und sich abgemüht. Und nun saß sie hier und wusste nicht weiter, wie man log und sich verstellte. Das hatte sie aus ihren Büchern nicht gelernt. Tränen der Wut stiegen in ihr hoch. Wenn sie sich noch einen Fehler erlaubte, konnte ihr das Buch extrem gefährlich werden. Und nicht nur ihr, sondern auch ihren Freunden und damit allen Zauberern, die gegen Voldemort kämpften. Sie wagte es nicht, das Märchenbuch an diesem Abend noch einmal anzufassen. Mit zitternden Fingern schob sie Feder und Tinte zurück in ihr Perlentäschchen und kroch in ihren Schlafsack. Auch in dieser Nacht hatte Hermaini große Schwierigkeiten, in den Schlaf zu finden.